Oh, ein Witz nehmen wir noch mit. Hm? 4 Dollar Porto? Habe ich nicht überrissen. War bestimmt aber schlecht. Nee, noch mehr halte ich nicht aus. Oh, jetzt kann man hier nicht richtig lesen, was da steht. Das ist natürlich schade. Was hat er denn jetzt? Interessant. Möchtest du einfach eine nehmen? Schade. Okay, aktuell haben wir auch nix, was wir wiegen müssen. Nee. Oh, die ist leider leer. Mal gucken, ob er noch was weiß. Ich glaube, das ist aber wieder voll. Uh, eine Kanalización. Und ja, guck, ich guck noch in den Chat. Keine Angst, ich lese immer nebenbei ein bisschen mit. Äh. Eine Brieftasche in seiner Tasche. Oh. Was ist das in deinem Taschen? Sieht aus wie ein Wallet. Ich habe keine Wallet. Ich bin eine Bumme. Mhm. Aha. Ah. Vielleicht bin ich einfach glücklich, dass ich es sehen kann. Äh. Äh. Oh. Wir versuchen es nett. Schau, einfach die Wallet ab. Es ist meine. Die Schwerter. Nein. Ah. Also, du hast es in deinem Taschen, dass es etwas in deinem Taschen gibt. Also, ähm. Ich kann es dir nicht geben. Was würde ich mein Geld in? Macht es hin. Äh, wir reiten mal wieder auf unserem Status rum. Gut, dann wissen wir ja schon, was wir als nächstes brauchen und mal gucken, ob er was über Chuck weiß. Was hat er denn getan? Ach ja, so eine kleine Stradivari hat halt noch, aber sonst, ja, armer Kerl. Was hat Chuck denn getan? Oder was hat er denn dem Chuck wohl getan? Warum hat Chuck versucht, dich zu verhören? Ich nahm seine Freundin raus, um zu sehen, dasselbe Insult-Klown eine Nacht. Aber in meiner Defensive hat Chuck die Freundin mehr oft verhängt, als er Shirts verhängt. Wie sollte ich wissen, dass sie für den Pelotronik-Playboy war? Ah, ja. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Geldwettel. Und willkommen zurück, Baha. Was immer das ist. Wir gehen einfach mal hin. Es hat, dass die, die dem den... Ja. Ne, die andere ist noch nicht wieder da, Baha. Wir warten. Wir suchen immer noch nach ihr. Gehe zu A Guide to Insult-Sert-Fighting. Eine großartige... Großartige Art zu kämpfen. A Guide to Vegan Voodoo. Eine verfluchte Puppe. A Guide to Divination, but you already knew that. Pink Magic. Voodoo and Voodont. Sehr schön, die würde ich gerne alle lesen. Ach komm, so eine verfluchte Mumie. Eine... Gott, das ist ja... Ne, ist nicht dein Ernst, oder? War hier gerade halt... Ne. 99 Meals with Garlic by A.V. Helsing. Next to... 99 Problems, but a witch ain't won by Jay-Z. A Beginner's Guide to Ouija Chess. A Book for Dummies. A Brief Guide to Ghostbusting. 101 Things to Kill Before You Die. 10 Things to Do Just Before You Die. 100 Less Annoying Curses. 100 Funeral Jokes. How The World Will Really Enjoy End by Peahill. 50 Shrouds of Grey. Okay. Ja, okay, passt. Ich habe mich schon wieder... Ich habe mich hier festgesaugt. Ich... 01001101 Binary Spells. Dead Beef and Other Hexes. Ja, mh. Ja, okay, wir gehen weiter. Oh, das ist so viel. Ich... Plant Name Chuck bei S. Arnold. Okay, wir reden mit ihr. Ich habe... Ich habe... Ich höre ja schon auf. Bimbleweed Park, ein Kult-Bookstore. Ich bin Madame Marina. Sind Sie hier für die Hexes? Die Sommer-Blow-Out-Sale? Oder... Based on those Suits you're wearing... My Tax-Records? Ich habe nicht zu viele Besucher von... Zu den Böten und Böten-Federalen-Agenten. Ich bin Agent Reyes. Ich bin hier, um ein paar Fragen zu fragen, ma'am. Okay, dann. Wie kann ich mir helfen? Wir fangen gleich mal wieder an mit der Leiche. Und dann gehen wir mal später über zu ihrer Geschichte. Das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht, wer in der Mörder war? Okay. Also, ich weiß nicht, dass ich alles genau dieses Minute... Aber wenn du willst, deine Hände etwas schlafen, dann kann ich die Antworten finden, die du schaust. Okay. Das ist doch schon mal gut. Was musst du, um uns den Kilder zu finden? Ich will nicht den Agenten-Protokal, aber wir brauchen wirklich eine Leitung in diesem Fall. Ich muss eine Vision-Quest gehen, um die Antworten zu finden. Aber ich kann wirklich nicht in die Vöde aus, ohne ein bisschen... ...Assistenz. If you can get me an Agaricus-Fungus-Visionum-Delectamentum-Mushroom from the Sewers, I might be able to help. Those don't sound legal. And your point is... Ich verstehe die Frage nicht. Okay, wir müssen hier ein bisschen Drogen beschaffen. Das ist okay, das kennen wir ja von vielen Spielen irgendwie. Äh, ja. Tell me about yourself, Madame Marina. There's not much to tell. Wow. I set up my shop in Thimbleweed, after finessing my craft on the road for many years. After all, there's only so many nights you can vomit peyote and pull cactus needles out of your ass in the desert, before it becomes old news. Klingt schön. Wie sind sie in das Reich des Okkulten gelangt? Hm, I suppose, when I realized I could get baked and make money doing it. I thought it was a serious spiritual practice? I don't know what to tell you dear. I like tripping balls. And with the money I rake in from my curses, I'm gonna retire on a yacht in the Bahamas. Das klingt nach einem richtig guten Konzept. Why did you set up shop here? The vibrations. This town has a dark and weird energy, which makes it perfect for a cult business. Do you mean an energy like the signals I've been hearing about? Hm, those signals sparking through the air lately or something else all together. I don't know what they mean, but I know it isn't good. Okay. What is this place? It's the county's primary source of occult books, knowledge and services. You need hexes, curses, curals or curios? You come to me. You need voodoo, hoodoo, fortunes or flimflams? You come to me. Flimflams. Fascinating. You need cough drops or coffee filters? You go to the quickie pal. Well... Can you really hex people? I sure can. No matter what the consumer watchdog service says. Might not always come out exactly as you want, but spirits work in mysterious ways. So if you have any complaints, stick it up with them. Das klingt gut. Jetzt kommen wir zum wichtigen. Haben sie Ransom den Clown verflucht? Did you hex Ransom the Clown? I'm very proud of that curse. He was being a jerk and he needed a little beatdown with the Karma Bat. I think a permanently cursed face might have been more than a little beating, ma'am. You want to taste of my Karma Bat, Agent Reyes? No, ma'am. Sorry, ma'am. Und Cookie, warum keine Facecam? Das finde ich passt bei dem Spiel nicht. Das Spiel machen wir ohne Facecam. It's been long enough. Maybe you should just try switching to Agent Reyes. Ach, es funktioniert. Sofort, gleich. Ja, wir haben genau einen Punkt geschafft. Wir müssen dann in die Kanalisation und Pilze. Das kam neu. Und jetzt will ich nochmal... Ganz kurz hier. Survivor's Guide to Rotten Food. Was haben wir denn hier oben noch? A Trilogy without Part 3. Ron Gilbert. Also nein, Ron G. Ron G natürlich. Welche ist denn die Trilogy without Part 3? Welche war denn das? Monkey Island hatte ja drei. Tentacle? Gab's Tentacle? Oder war's Indiana Jones? Ich weiß gar nicht, was er meint. A to Z of Athames. A Walk to Dismember. A Warlock and Key. Oh, das war's hier schon. Haben wir hier noch. A Plant Named Chuck hatten wir grad schon. Passion for Necromancing. Two up, one right. Eins hoch. Zwei hoch. Eins rechts. A Guide to Crystals and Skulls. But not Crystals Skulls. Wird einfach gern... Ne, was wollen wir denn? Wir wollen nicht... Genau, ich will hier wissen... Don't touch the books, unless you know what you want. Oh, creepy. Ich glaub, sonst kann man hier wirklich nix machen, außer mit der zu reden und viele kleine lustige Details finden. No way I'm touching that. A light approach to the dark arts. Not getting any closer to that. It looks pretty ratty. And I do mean ratty. A mysterious force must be holding it in place. Okay, wir können hier wirklich nix anders machen. Ah, Zack McCracken hatte auch nur zwei Teile und der The Tentacle auch. Ich weiß gar nicht, ob da noch ein dritter Teil geplant war. So, wir haben... Oh ja, ähm... Wir brauchen für den einen Geldbeutel. Ach so, danke. Danke für die Erinnerung. Ich vergaß. Zip. 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 Das kann vermutlich nicht funktionieren. Es ist ein Tunnel.